Weil mich gar nicht abheben darf. Ja, aber das ist ja gar nicht mal so gut. Hast du begonnen? Ja, ja. Ah ja, was schon. Ja, du beginnst. Ja. Geh ich für dich. Ich dachte, dass unten so ein Gummi über dem Ausbett, damit es sich verrutscht. Die offiziell nicht. Ah, es gibt auch andere. Ja, wir haben auch andere. Aber die sind halt ohne, weil Schwarz mit ihm. Ich kann Brainstorming. Woah! GG! Okay, geht? Ja. Twisted Fate? Schau, dass ich Twisted Fate. Was ist da? Dann fällt mir die Hand. Ich füge mal den Hut. Der Hut? Untergang im Style. 3. Abheben! Kommt die 3. 2. 2. Wow! Wäre das so stärker? Wäre das so stärker? Vorig! So muss! So muss! Wie fehlt es die Wahlsatz für den Effektor? Na, na komm! Wenn sie einen greift, dann hat sie das Rocks und einen anderen Schaumhaus. Juck! Nein! Einen anderen Schaumhausen Powerhaufen. Ja, 2, 3 gestochen. Aber das wird das Rock nicht wert. Ja, der ist bei 4. Ja, das ist bei 4. Genau so wie der. Wie viele? Ich fern nur mal einen Schaumhaus. Ich fern nur selber sofort. Aber hast du noch eine 2. Ja, ich hab's schon sehr angestellt! 2. 2. Ich fern nur 2. 4. 1. 1. 3. Warum auch? Kleinwärts. Ich fern nicht mal! Weiß ich nicht, ich fern noch mal 3. Overrated. Ne, ich hab schon 2 Damage. Du bist schon Level 2. Das ist nur 1. Ja, 2. 5. Ich kann nichts spielen! 1. Schau meine Handeln, ich kann auch nichts spielen. 2. 3. 3. 1. 2. Ich meine, es gibt die Fähigkeit, die erfiniehen sie jetzt auch in ganz. Und das gibt's. 3. 3. 3. Als Ancient Big Friday kannst du da Change? Drei. Wie viel macht das ansonsten der Scheiße? Mein Countdown. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Angel Beast Changed von eins in zwei. Du hast keine Level 3. Zwei. Was ähm? Plus 500 zu Quadrat. Ja, 5, 3, 5. Achso, wenn's die Arge zu tun. Alle 5. Das ist doch gar vertrekst, dass es gab. Gar ich glaube, die sind beide. Die obersten beiden? Natürlich. Eine raucht, eine unter, gell? Ja, tschuhe ey. Ja, war nicht so gut. Nein, und die andere in Wetting room. Eine raucht, eine in Wetting room. Die oben, die unten, und das macht erst die Dreifster. Drei. So weit. Nein. Na, dann... Ich bin schon wieder gut beim Nöbeln und ich klein warxen. Das ist was, was mir fehlt und da muss ich auch verlieren. Nein. Nein. Oh ja, sicher. Ich hab's gut gesehen. Ja. Ja. Jawohl. Wenn du immer weißt, haben wir fahren, haben wir die kleines Uhr auf die Hand oder... Ich hab zwei, nur noch 7000. Wenn ich zwei, zwei Music-Chast-Reste, dann schaffst du ein Level. Sie ist 5, da kommt nicht. Schaffst du ein Level? Ja. Achso. vent. Vier. Halt. Ich hab drei. Ich bekomme ein Stock, als es gibt, ist ein Sol. Wenn die Karte in Wetting room gedichtet wird kann ich den Stock der Odyssey-Karten von Deck in die Wettting room, äh in die Glock legen und ich kann im Music-Char vom Deck auf die Hand. Drei, 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 Vier. Ein. Soll es nicht. Das ist doch. Ja. Der Blatt, bitte. Wichtig. Wichtig! 1 Kick Du fährst, oder? 1 Kick 2 Ja Super, oder? Hast du viele von denen? Ja Also ich kriege 2 3 Kick 2 Die durch. Zwei. Das Problem ist, wenn die so früh kommen... Eins. Ja, das geht ja flipp. Plus tausend so. Okay, das ist... Fuck. Jo. Sollte sie nicht besser? Ja, komm ich auch rein. Ich bin so höher. Zwei. Okay, noch zwei. Drei. Nein? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, Sneakertack. Okay. Ich hab Stock. Braucht ihr Stock? Stock zum Hergeben. Fünf Glymex. Schöne. Er ist Level 1, ich bin Level 3. Ich bin Level 0. Ich bin Level 3. Scheiße. Schöne. 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 Aber das ist ungut. Ungutes Deck Control. Das sind sieben Climax. So viele Karten sind nicht mehr. Schöne. 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 Druckt man mal an. Tag. Zwei. 2. Könnt ich aber, das tut so, das ist ja ... Stern heilen. Wow. Vielleicht bitte, in der Witzahlrechter. Der ist für jeden Fall. Denkenhörser. Naja, ja! Schaut auf die Stille. Ja, 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 ja... Vernichten zwar... ...ich machst du? Schauen wir's aus spielen... Ja! Fähr nicht... Ich hoffe, jetzt schaden... ... hat der Climax bekloppt? Ach so, die ist auch weg... Ich war jetzt irgendwie wieder verriert. Oh, ist grad passiert? Ja, ist nicht klar. 3, 1, 2, 1, 5, 5, 7, 7, 6, 8, 8, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 10, 10, 10, 13, 14, 14. Und mit den Spielklub kann ich aber nicht mehr für die Climax noch aufzuhalten. Das ist ja... Die hier? Ja? Die hier? Wir haben auch lange Zeit nicht gewusst. Dann zeig ich noch nicht so mal drauf. Und die Climax noch aufzuhalten. Wir müssen jetzt mal nochmal durchgehen. Was denn? Von Anfang an. 5, 12, 5... Sie machen nur gleich die Gnarrmitte. Was ist kurz? 14? Da hab ich 500 mehr. Ich hab kein Zwischenland-Sort. Ich hab nur ein Zwischenland-Sort. Ich hab nur ein Zwischenland-Sort. Nachdem ich aufgedeckt habe, wieviel Schaden ich mache. Dann muss der Schader. Weapon oder Alchemie-4. Dann bekommst du den Ball. Gibt es in mehreren? Das ist ja eingeschauen. Wetter, in-Core. Probieren wir es auch halt noch einmal. Die hat du vor? Ja. Zwei. Ähm, wenn ich nicht. Zwei. Zwei. Und da sind die Rechte. Ähm, sprich mal zu hier. Zwei, zwei, noch eins. Hast du zwei? Tschau zum Marken. Mhm. Dicke. 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 Scheiße, ne. Vier Schuss noch. Ja. Ah, das klappt. Gut, dann mach ich mal dich. Aber ich bin sicher. Ja. Zwei. Zwei. So. Ich überlege, ob sie retten soll. Aber wahrscheinlich nicht. Zwei. 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 So, und dann. Einmal neu. Mhm. Aha. Das tut auch. Zwei. Zwei. ��ivities. Ja. Zwei. Ja. Zwei. 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 M XL driver. Bin ich denn hier? Wie lebe icho? Ja. windows. Swtkrab. Ich mag die. Du darfst ja auch sehr chords. Schon gut, für so oder? Das ist mir egal, wenn ich meineirimouierne. Ich mach 3 Schaben. Das ist machbar! Schafft er nicht. Er preventet halt alles. 5, 6. 2, 3, 5, 6. Machbar. 9, 9, 5. 7, 6. Ja, aber die ist vom Haus aus. Ja, die ist vom Haus aus. 12, 12, 14, 5, 16, 5, 15, 3 in der Mitte, ja. Endlich. Okay, so mach. So mach. Darf ich mal? Erstmal, dass wir die Hülle gerne ziehen. Ja. Ja, lass uns sein. Ja, wenn sie rauskommt. Genau, wenn sie antworten. Ja, weil er hat keine Mammel. Das ist richtig. Das ist richtig. Nein. Nein, der ist ein Klamix. Ja, der kann nicht. Wenn ich mit einem Pferd her schaffe, dann würde ich bis 1000 gehen. Ja, der kann es nicht verfallen. 3, 5. Noch nicht. Na ja. Was ist jetzt eine? 9, 5. Ich verstehe. 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 Wenn du diese Klamix ausspielst, dann überrascht mich nicht. Ja. Ich verstehe. Bis zum Ende deiner Runde. 10, 0. 7. 7 Klamix. Okay. Ich verstehe. 9, 10, 11. 11, 5. Sie bekommt es über 12,000. Neuer Runde. Und wenn ich 2 Chars Rest, der kriegt der 1. 1. 1. 1. 1. Resten kann ich jetzt in meiner Phase nicht, oder? Nur wenn es automatisch geht. Ah ne, nur wenn ein anderer Level 3 ist. Die sind noch 10. 9,5. 10,5. 10,5. Level 2 und Höhe aus mit 1000. Level 2 und Höhe und 1000 dazu. Genau. Und die Ahnung nicht. 2000 an Zollen? Ich zähne gleich. 7,5. Das ist am Ende deiner Runde. Danke. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 2,5. Danke. 2,5. Danke. 1,5. 1,5. 5,7,5. 1,5. 2,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. Bis zum Ende deiner Runde. Ich rette es, aber ich... Na? Ich behalte ihn. Ich rette sie auch. Sie hat halt noch Encore. Bei so einem Zahra unterlegen kann sie da sein. Bin ich, oder? Hauptsache habe ich noch Erneinlande, aber ich kenne die Fläche von meiner Runde. Ich glaub nicht immer. Wenn sie stirbt, könnte ich einen Zahn mehr an Schaden schießen und einen Schaden-Decker holen. Wenn sie stirbt, könnte ich einen Schaden Sand und einen Chaos-Decker holen. Ja. So. Jetzt kommt wieder das Interkante. Dazu ein Musiker. Das ist ein 1.000 und ein Level. Das ist jetzt 6.000 Level 2. Da wird gleich die Support. Scheiße, das ist die gekoppelte Pyramide, oder? Ich kann ja auch eine Gruppe geben. 1.000 plus 12. Ich seh 8. Egal. Die ist jetzt 7. Äh, 5. Die ist 9.5. Und da ist 7.5 und da ist nur 7. 1.000 plus 12. Und da ist noch ein 3.000. Und da ist noch ein 3.000. Ja. Schauen wir mal. Das sind dann... Kommt das, kommt... Wenn ich hier fähig werde, kommt zuerst das Herzeigen oder zuerst das Schaden? Ähm, das ist am Beginn der Battlestar, also bevor du angreifst. Okay, weil die Hippie habe ich gesagt, ich kann erst das Herzeigen, wenn er so weit ercountet. Damit ich eben noch ein paar Herzeigen habe, bevor ich ercountet habe. Nachdem er ercountet wurde. Achso. Nein. Bestes, glaube ich. Ich habe gesagt, es kommt ganz zuerst. Möglich, möglich. Na egal, ich zeig's einfach mal her. 1, 2, 3, 2, 4, das sind dann auch 2 Herzen. Ich hoffe gleich. Gut. Na, so halt, ich so. So. Im Kopf drauf haben wir ziemlich alles. Okay. 5, 5, 4. So, ein Korch. Mhm. Und die? Okay. Hm. Lied ich gar nicht. Ein Flüssigstock. Aber auch ein bisschen. Wie viel hast du? Acht. Rolf, zehn. Gibt's nur das? Robert Bellek. Bellek. Bitte, weiter. Ich und Korre Sie was doch. Okay. Noch was. Ähm. Ich habe jetzt das Runterlegen, da habe ich 2.07. Genau. Muss aber noch der ersten Teil geschaffen. Wie ist der Schaffel Demis genommen? Kann ich? Ja. 5, 5? Nein, das ziehst du. Genau. 2.07. 2.07. Werden zuerst. Genau. Dann kommt der Schaffel eines weiter. Mhm. Sie sind schon weg. Nein, nein, nein. 2.07. Ich glaube... 6. Ich glaube... Ich glaube ich sind das... 7. 7. Ja. 3. 2. Sind genau die hier. 2. 1. 3. Ich überrenne dich. So, nehmen wir noch einen. 3. 3. 4. 3. Ich bin nur 5.000, das ist urscht. Nein. Wir müssen es alle stellen. Zwei? Wir wollen ja nicht, dass es so geht. Ja, gut. Passt schon. Schafft es schon? Fuck. Attack. Ja. Drei? Attack. So? Für eins. Eins. So, die Balle. Alle Mikro, die Krepieren mehr. Juck. Sechs. Ero Pikachu. Neun. Neun. Drei. Vier. Vier. Fünf. Neun. 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 Ja, mal ein T-Shirt. Nein. Schau. 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 Ich komme hier drüber. Nein. Ich will mir keinen Schaden schießen, um einen Schaden auszusetzen. Nichts. Nichts. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Sind denn Level 3 live genug? So, Eventkarten spielten... Juhl hat sie nicht. Null damit. Schlecht. Ausnahme sind Eventkarten mit einem Backup-Symbol drauf. Ja, das ist dann... Ja, das ist dann... Dann... Die kannst du dann spielen, wenn ein Schafhunterung angegriffen wird. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Die Schwächste ist die Mitte mit 9,5. Das stimmt, ja. Wie geht's hier? Sie hat 10,5 und sie hat 10. Nein. Sie hat... Nein. Ah, ich werde so sagen. Die Schafhunterung bis 15 dazu. Ich gehe einfach mal hier an. Also... So, das ist dann... 1,5. Schafhunter. Das sind dann... Blöd 3 oder 1. Ah, 2. Hätte ich mir dann überlegen. 9,5. Ich weiß nicht, wie das so ne geile kommt mit der Sache. Na, ich ganz verstehe. Ich könnte theoretisch mit dem 1 schon auf 8,5 kommen, aber... 1,5. Ja. Ich bin level 1,5. Ich bin level 1,5. Der Rest ist... Level 0 geht gar nicht. Ähm... 7... 8,9,9,5. Die werden wir nicht gerettet. 2,5. Wie viel ist das dann? Ach so. 7,12. 8,5. 9,7. Nein, aber jetzt komm rein. Ich kennst du sogar 1,6. Schafhunterung. Fix. 1,6. 1,6. 2,6. 1,6. 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 Dann will ich ihn nicht mehr geben. In der letzten Runde glocke ich die mal. Ja, das geht dann. 1 So, jetzt hier sind 1000 dicker. Ja, das ist schon egal. Ja. Zahlt hier vorne 1. 3 Ok, gut. Ja, gut. Ja, das ist 3. 3 3 Dann hier nochmal 3 5 4 5 Du bist stärker. Ja, aber ich habe keine Supportung. Ja, sie sofort nicht. Das sind 5 Und Entschuldigung. Ich hätte nicht überlegen. Außer ich hätte weiter gesagt. Schade. 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 Sind alle weg, oder? Ja. Ich habe noch nie gegen die Sonde gespielt. Ich habe schon. Ja, habe ich nicht verletzt. Ich weiß schon. Ich habe noch nie gegen die Sonde gespielt. Ich glaube, das ist der einzige. Ich habe noch nie gegen die Sonde gespielt. Ich habe nur 1 gegeben. Aber jeden Tag muss das ja nicht. Jeden Tag muss kaufen. Jeden Tag muss kaufen. 6 5 Die sind nicht da. 2 Ich habe nur 1. 2 Und hätte ich den 4. 1 2 3 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 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 6 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 12 12 12 4 11 13 15 14 13 16 15 16 20 Technik? Ja, ich hab verloren. Aber es waren interessante Züge der Farben, soweit. Ach, wieso? Na gut. Man darf hinten hinlegen, was man will. Nicht nur Assist-Karten, die Climax muss auch richtig Farben stehen. Wurscht. Soll ich jetzt nur erzählen, weil wir das noch nicht aussehen. Richtig, meine neue. Ne? Ja, wie gesagt, was mit den Climax, dass die Farben auch kürzer haben muss, das ist normal einfach lange nicht los. Das ist zufällig raus. ZUFÄLLIG? ZUFÄLLIG. Achso, das würde ich ja in einem gelb-blauen Tag einfach rote Climax spielen, oder? Ja, natürlich. Kannst du das machen mit deinen Climax haben. Genau, ich weiß ja. Geht aber leider. Leider. Ich treffe die anderen. Das ist dann 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Verkleinungs aus dem Waiting Room. 2. Ah! Bombe! Betray! Das war auch knapp. Ob du sie dazu gewandelt haben? Ne, noch sehr viel. Ähm, komische Dinge sind. 5 Karten, Kongo ist neuer Karte, wo ich steifle. Jo. Unheilend bedankt. Ah ja, aufschläft. Alte Rose! 1. 1. 1. Ja! Betray! 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 2. 5. 3. 44. 44. 45. 45. 42. 42. 43. 41. 43. Ja, ich muss ein Wasser durchführen. So, dann... Genau. So hat sich das. Okay? Alles. Da sind es drei. Nope. Gut, und da sind es dann nochmal zwei. Ja. Hm. Komisches Spiel. 1.000. So, wenn ich auch treffe, so wieder. Okay. Puh. Okay. 1.000. Was ist die jetzt für Sie? 2.000. Es ist jetzt Level 2, aber wenn ich 2 Just Rest habe, dann werde ich Null kommen. Ja, die sind sehr sehr selten. 1. Gleich stark. 1. 2. 2. 2. 2. 4. 4. Ich leg gerade. Ich wüsste noch alles hinten drüben. Ich wüsste. Okay. 4. 1. 1. 1. 5. 5. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 10. 5. 6. 5. Ja. 7,5. 6,5. Dann kommt die Kamera. Die hab ich gebustet. Was für die? Ich möchte die! 4 Woh! 5 OK Was für die? Woh! 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 2 1 2 2 3 2 4 4 4 5 4 5 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 6 6 6 5 6 6 5 6 5 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 6 5 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 6 5 6 6 7 7 7 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 12 12 13 13 14 15 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 Die Stock Climax, das kostet 1 Stock. Das Stock wäre die Climax. Dürfst du das damit spielen? Nein, ich glaub nicht, weil ich muss das drinnen ausspielen. Und du musst beim Ausspielen einen Stock zahlen. Ja, ich muss nur einen Chaufe spielen mit Stock. So, in der Mitte bist du 6,5 bin ich 7. 10,5, 6,5. 6,5, 10. 6,5, 10. Nur 10. 7,0. Ich spiel mal nicht. Jetzt kommt Level 2, ist nochmal um 8. Aber ich weiß was geht, zum Beispiel, wenn du... Es gibt Karten, Bound kennst du? Acht, klar, oder? Wenn das zum Beispiel dann eben die Bound-Karte wäre, geht... Oder wann was ist Bound? Bound, wenn du das eine Fähigkeit, die du Karten von einem in den Spielchen bringst, kannst du die Bound-Kosten bezeichnest meistens in Stock und du kriegst eine bestimmte Carabe von welchem Fall einzugricken. Oder du kannst mich so kosten ... Aber die Sorge gibt's ja drin nicht. 4 und dem. Ist so Level 1 und nur. Nicht in den 2, ja. Die 3 Garten brauchst du. Es ist ein gutes Training. Mh, deshalb mach ich kurz Zeit. Ich hab's damals auch mit dem Spiel, doch am Mh. Was hat er da? In Level 3, wenn ich fang. Dann muss er ja kommen. Ja, sie hält Pausen und sie macht noch mal alles bis 3 Pausen. Beim ersten Mal raus, wenn sie den Zeugat ist. Das spiel ich in meinem Standard-Magie-Tech auch. 3 Mal. So, kurzen Moment. Ja. Die muss ich auch zahlen. So, machen wir das so. Oh, sie ist halt nix hunder dünner. Bitte? Sie ist halt nix hunder dünner. Ja, okay. Die kann nichts, gell? Sie hat halt 2 Sons und 1 Sons. Die ist jetzt Ticker aus allen anderen. Die ist zwölf, ja. Ziemlich. Auch nicht. Aber... 3 vielleicht. Das müsste ich ja auch nicht. Auch nicht. Ja, die Decke ist eh aus. 2. Ja. Und... 2. Ja. Keine Ahnung. Ja. 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 Ich fraut auf dein imperative her. 2. 2. 1. worko hier. attack. about 3. 1, 2, 3. oh oh young young old, Bin ich jetzt auf 10, 11, 12, 12 nicht. 500 Kippen. 4 Schaden. Könnt nicht verwendet werden. Nein. Ja, ganz knapp. Ich hab gewartet. Ok, passt. Ok, das wird jetzt ein bisschen früßig. Bis dann. Ja. 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 Was anderes geht nicht. Machen wir mal hier. 3. Ja, kapo rum. Das ist auch mal hier. 10. 3. 3. Und dann letztes Mal noch. 4. 4. 6. Ja, reicht. Reicht? 6. 2. Ich hab grad 6 Schaden aufgeführt. Ich hab nur noch viele Kleine gesündet. Nein, klar. Das sieht auch nicht aus. Das war ja nur meine Kleine. Ok, Platz. Oh, davon noch was. Gute mich. Genau. 2. 7. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 7. 8. 10. 10. 9. Das ist nicht so gut, aber besser. Jetzt macht er mal. Ich habe keinen einzigen Lergon-Locker. So muss alles kommen, vielleicht ist es so ein bisschen der Warten. Dann reintritt, ich kann es schon noch aufbauen. Schade. Oder was nicht? Das ist geil. Der Hahn-Zweiß. So. So. Ah. Wenn ich mir jetzt die Marokka rauskolle, dann müsste ich ihn spielig in 2. Teil. Wenn ich ihn zeige. Glocken tut meine Frau. Magst du noch Glocken? Ja, wenn es geht. Sie hat 1-Core. Also auf 500 und 1-Core. Nein, nein. Ja, auf 500 und 1-Core. Ja, Ent-Gets-Encore. Ja, genau. Und der, was ich gegenüberliegt, hat Minus 1-Core. Ah, ja. Ja. Sie. Ich mache die kleine Station. 1-Core. 1-Core. 2-Core. 2-Core. 3-Core. 4-Core. U NHTS-9. 3-Core Weiß, Nein, nein, jetzt kommt einer 56-Core, 3-Core. 1-Core. 2-Core. 3-Core. 5-Core. 6-Core. 8-Core. Die thicket3-Core. 2-Core. Wenn ich einen Charmin Level 3 oder höher habe, hat sie plus 1000. Und durch die hinteren, wird sie zum Dreier? Nein, anderer Charmin Level 3. Deswegen liegen sie so rum, weil... Ich sehe, ich sehe. Deine Sauber, glaube ich. Okay, der muss zuerst. Ah, ich habe kein Terror-Pikachu mehr. Ach stimmt, boah. Ich war jetzt gerade braindert. Terror-Pikachu werde ich jetzt stärker. Ja. Die ist viermal? Ja. Zweite Dicke. Ja. Also bald sie angestützt. Oder zwei oder weniger? Drei. Zwei oder weniger. Also ich krafte jetzt in die Zerzung. So sind sie noch nachangegangen. Stimmt. Eins. Oha. Hier noch einmal. Oha. Scheiße. Drei. Nix. Kannst du bespielen? Das ist sofort so. Daher. Kannst du es doch mit zwei daran? Ne? Also du machst für einander noch. Also okay. Das ist mir Spaß. Das ist ja. Du hast jetzt ein Display kauft. Zwei. 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 Ja. Ich hätte nicht gedacht. Es gibt ewig viel Spiele, die mit diesen Anime-Serien arbeiten. Aber die nicht... Aber die muss... Das ist gut. Schauen wir mal. Was soll ich da vergessen? Was soll ich vergessen? Was Rano mitfällt? Ich geh so drauf. ... der Star, der hat so auch ein Match in der die... ... tut mir alles über meinen Platz. Und bei Ecken Decks hast halt mehr Kontrolle... ... Ich muss immer so. Bei guten Decks hast du mehr Kontrolle darüber. Vial Decks. Ja. Ja, aber du siehst ja, der Schaden kommt, wie er kommt. Das muss man hinnehmen. Nein, das kann ich nicht mehr so tun. Ja, das passiert zweizeitig. Bum, Für den Bolts, 2000 Zoll, Attack, Zwei. Oh, great. Eins, tot, nix. Ja, lass mich. Zwei, mach ich nachher schon. Nix. Zwei. Oh, Urfahrt. Aber diese Kombi ist doch so ungefähr eigentlich, oder? Ich weiß nicht, das sind einfach zu viele gute Dinge. Ich komm grad vor Arsch, obwohl ich ganz was gegen die gespielt hab. Ja. So, du. Ich bin dran? Ja. Gott, der ist scheiße. Hm. So, sieben. Sieben, fünf, drei, fünf, drei. Zwei Chastlinge ist sehr gefährlich. Alex! Ja? Komm mal kurz. Hast du noch unterschiedlich aufgemacht? Aber die war mir besser. Ah, die. Nein, nur noch mal. Zweimal. Tatsache. Ja. Ah, ja. Zwei und eins. Ja. Kommt die Kleinex? Ja. Ich glaube nicht. War drei weniger abgeschrieben? Ich weiß. Dicker. Na, mit ihm ging's kommt drei oder weniger raus, gell? Vier weniger. Vier weniger. Sechs. Ich glaube auch. So ist ein bisschen gleich stark hier, weil das heißt... Ja, das ist leider... Da, zu lange, bis ich wieder Brust aufreißen da... So. Wie die hier? Ende Mai, ja. Doch, so. Ja. Miko. Miko kommt wahrscheinlich mehr. Also stimmt. Ist mir eines. Ist jetzt wurscht, aber es gibt Szenarien. Sie doch unterscheidend werden. Hm. Da kann man ja die mal eben brauchen. Letzt das, was im Soll noch kommt. Ja, und zwei Minuten. Am Herbst werden wir sie wahrscheinlich eintauschen können. Gegen... Du kannst zum Beispiel Spielmatten, aber nur ganz wenige. Sleeves gibt es. Es gibt eine Mappe für Einlagen. Nur weiß-schwarze. Eine schwarze. Steht lieber da meinst? Ja. Wenn es so ein Beutel ist, hat man... Genau. Gibt's Gold und Silber immer. Gold ist drei Silberwert. Welche Beutel? Drei Silberwert. Drei Silberwert. Drei Silberwert. Drei Goldwert. Oh Gott. Also du musst eigentlich zuerst entscheiden, was der Ding ist. Also stimmt. Bei Schwarz. Es gibt auch Chromo-Packs. Da sind Chromo-Karten drin. Stimmte. Ich auch. Also meistens hängt wieder Sleeve oder Spielmatte, wenn man noch keine hat. Aber eben die Mappe gehen zum Beispiel sehr gut. Na, ich bin auch. Und... Bernd meinte, dass man wahrscheinlich ab Herbst... Ich kann's nicht versprechen, aber das klingt realistisch. Weil die Deutschen haben's jetzt schon. Genau, die haben's jetzt frickt. Wenn der Andi sagt, dass der Klingel verliesst, dann rennt er nicht auf, ne? Weil wenn der Andi sagt, mit dieser Box zieht der Robert einen Schien hin, dann zieht er einen Schien hin. Zwei Mal! Zwei Mal! Zwei Evangelion sammeln kurz und zwei Shinjis. Von ihm beklebt ich auch den Robert. Mit viel Liebe. Das macht sie zu 9000. Ah, okay. Du hast die Tausende und solle Stilitate. Bin entbeutig. Zwei. Aber schau, drei, fünf. Ihr passt voll! Oh, so dürfen wir nicht. Ich bitte breit nicht. Zwei. Für eins. Ist keiner dringend? Das glaube ich nicht. Hab ich schon mal verstanden. Weil da die Wates noch nicht so an die Leute fahren. Das macht alles durcheinander. In jeder Farbe. Gut. 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 Die Wates noch nicht. Bleistet. Okay. Neun. Nein, jetzt ist es noch mehr das, was da steht. Sie supporten ja nur Level 2 her. Ich kann nicht mehr Einzug jemand an der Level G. Ah, okay. Deswegen geht es jetzt alles gut. Und die supporten die beiden da gar nicht. Das sind keine Level 2. Ich kann die Pex holen, aber das ist immer mit Schitter. Glaube ich. Ich zahle eins. Ja. Oh, ich bin jetzt Level 1. Ja. Ich werde hier nicht aufpassen sollen. In jeder Farbe. In jeder Farbe. In jeder Farbe. Ich brauche sie jetzt. Okay. Dann gibt es Special Rare. Dann gibt es Triple Rare. Dann gibt es einen anderen Gears-Effekt. Und dann gibt es irgendwie irgendwie viel zu viel Rot. Ja. Ja. Schöne toll. Jetzt ist es auch schon zu spät. So. Dann gehen wir so rüber. Nur roten Drachen. Ja. Das war's denn. Na so. Ja. Das ist ja klein. So, dass noch eine Extra-Lose-Effektion. Ich bin ja nicht mehr so. 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 Welche... Was? Der von Patrick ist dead. Ich bin ja nicht mehr so. Was ist? Was ist? Nein, Scheiß. Was? Sag mir sowas während ich spiel, Alter. Okay, Entschuldigung. Was? Äh. Für 2. 3. Wohl, was? Ich lasse mich eh immer recht. Ich darf mich. 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 Okay. Um was geht's überhaupt? Wichtige Dinge? Ja. Okay. 1. 2. Ja. So, die Sache. Was du bist. Also du entkost. Irgendwie. Wir müssen beide. Hier. Ich will den der Katz noch ein bisschen. Alles jetzt getrieben? Den Chor, wenn sie eigentlich picken. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. Was ist das? Zettel? Wohlversenk. Zettel? Achso, also was ist das? Kommt hin! Was ist mir jetzt kapiert? Beide. Fertig war's? Nee. Puh! Stopp! Wohlversenk. Ich zahle eins. Ja. Hast du ein Klappst drin? Ja. Elber hält sich heute um. Ich habe noch Glück. Weil ich habe eh Fleisch-Tippen. Okay, was ist der Ding? Okay, 8, 8, 1. 9, 10, 4, 5, 0. 9, 10, 4, 5, 0. 9, 10, 4, 5, 0. Aber... Ob es da jetzt... Ich muss hier am Handeln denken. Ha, 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 ha. Angler-Fisch-Tänz. Das ist jetzt so ein Greife runter, statt mit der Karten. Ha, 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 ha. Schauen wir mal. Hm, wahrscheinlich sieht der Ding gut. Das... Schreit nach Prampi. Ja, gut. Ja, gut. Und dann spiele ich da noch gleich. Ja, du Scheiße, kostet es nicht. Aber wenigstens geht sich das dann aus. Nee. Okay. Das passt. Daher... Bath. Das passt. Und hier für... Was da f****...